Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deadfall Adventures. Wir erkunden hier weiter die eisigen Pfade. Von diesem Hügel aus haben wir eine gute Sniperposition. Oh, eine Sniperposition. Ich wusste gar nicht, dass ein Strategie in dir steckt. Was ist das? Ah, okay, eine alte Schrotflinde sozusagen. Wir nehmen hier mal Weg des Lichts mit. Da fehlt uns aber immer noch einer dann. Nun gut. Da laden wir hier mal nach. Jetzt fängt das wieder an. Ihr wisst ja, das sind meine Lieblingsdinger. Oh. Ist hier irgendwo ein Schatz? Ah, da oben bestimmt. Gut, da ist noch eine Granate. Hier kommen wir nicht rein. Oh, 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 oh. Gut, die war schwer zu sehen. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft. Wenn Sie glauben, dass ich mich da runterlasse, nach dem, was letztes Mal passiert ist. Okay, okay. Ich gehe als erster. Wieder mal. So, und hier muss irgendwo... Oh. Fein. Wo geht's jetzt hin? Gut, wir haben also einen Sniper. BAM! 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 Den haben wir nicht erwischt. Aber der kommt auch irgendwann noch raus. Sehen wir da hinten schon jemand? Nein. Wir benutzen mal das Seil. Ui, ui, ui. Nicht gut. Was jetzt? Verstärkung! 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 Verstärkung ist echt gar nicht gut. Na, ich behalte mal das Zielfernrohr drauf. Was war das gerade? Panzerwurfkörper. Ah, solche Dinger. Cool. Kann ich damit hier das Tor sprengen? Nö. So, ja, bestimmt irgendwas kaputt machen. Ah, okay. Das Ding ist hin. Und das Ding, glaube ich, auch. Jo. Und jetzt? Geht er jetzt auf? Nö. Ihr seid lustig. Dahinter. Ich weiß, dass ich dahinter muss. Aber wie komme ich dahinter, ist meine Frage. Ah. Jetzt sind sie auch mitgekommen. Ja, ist ja ganz nett. Ich bin so gut wie erledigt. So, die waren ja ganz schnell weg. So, der auch. Oh, fuck. Daneben geschossen. Tja, dann kriegst du so ein. Jo. Ich weiß ja nicht, wie die dir bekommen. So. Generator hier. Schießen wir auch mal kaputt. Kurz nachgucken, ob hier ein Schätzchen ist. Und dann holen wir uns den. Und wo ist der Nächste? Da. Und da ist auch einer. Und da. Bams. So, sehr gut. Noch jemand? Kommt ruhig her. Ich beiße nicht. Ich schieße nur. Ach, hier. Und da ist auch noch einer. Könnte ja nun langsam mal der Letzte gewesen sein. Ah, da ist also ein Schatz. Das hatte ich mir fast gedacht. Nein. Wir nehmen die hier mit. Die gefallen mir besser. So. Hagen. Kommt mit. Immerhin. Haben wir zu tun. Gut, hier gibt's nix. Und hier drüben. Hier wird auch nix. So. Dann geht's also hier weiter. Nehme ich mal an. Kommt was. Sag was. Hier vielleicht. Nö. Hier drüben. Wir müssen eine ganze Lüge sehen. Ist das der Zugang zum Tempel? Nein, nein, nein. Der ist noch ein gutes Stück weg. Dann müssen sie hier das Fragment versteckt haben. Ha. Aber wo? Geh mal hier weiter. Wo führen uns diese Wege hier hin? Oh, da sind wieder Eistapfen an der Decke. Wir kommen also wieder in so eine Art Tempel. Dann stopp. All das hat Schnee und Eis getratzt. So. Gibt's dazu irgendwelche Aufzeichnungen? Okay, die Dinger hier. Müssen also in die Richtung gucken. Okay, und da? Ah, okay. Wenn also das hier richtig steht... Wenn das hier richtig steht, dann... ...können wir auch die andere Seite da entfangen. Der Mechanismus scheint noch inaktiv zu sein. Alles klar. Drehen wir hier nochmal eine halbe Runde. Beziehungsweise... Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Okay, hier kann man so nicht durch. Hier vorne sicherlich auch nicht. Machen wir hier ein bisschen... ...normale Farben an hier. Oho, hier drunter, aber hier gibt's nix. Auch ganz interessant. Können wir hier noch was kaufen? Ne, hier brauchen wir wieder... ...einen Schatz mehr für alles. Schöne Figur. Schon bessere Tage gesehen, würde ich meinen. So. Drücken nochmal. Nix passiert. Und so. Nix passiert. Okay, der ist noch blockiert. Wir machen nochmal hier unsere... ...unsere Katte an. So passiert auch nix. So auch nix. Ah. Sehr gut. So viel... ...dazu. Höp. Sieht unheimlich krass aus, wie ich finde. Sehr schön. Sehr schön. plicisme. So. 었습니다. So. 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 Vielen Dank.